Was zur Hölle, ey, ich nehm den Typen, was zur Hölle, ich nehm den hier so, der sieht cool aus, oh Gott, okay, die Mausen sind. Boah, der ist gut. Oh mein Gott, boah. Was ist nochmal die Standardauflösung? Wieso sind da Zombies? Das ist ja High-Quality. Das ist ja High-Quality. Boah, auch die Sounds. Nein, Zombie. Meiner. Das war ja ne richtige Core-Engine, das Spiel. Wie konnte man nochmal Sachen auswählen, welche Tasten man davon war? Die Tasten, die auswählen Tasten, womit man seine Skills verteilen kann. Nein, nein, jemand von euch ist Zombie. Lass dir Ruhe. Wir treten euch in Gebade. Scheiße. Wer ist denn der komische Maler, Typ? Der Blanch. Ah, ich bin ein Zombie. Ah, fick dich, ich geh jetzt da nach oben. Zombie. Wer ist denn das, Typ? Das ist der Super Security, man. Oh nein, pass auf! Eben hier! Oh nein, ich kann nicht sein. Der Rett ist so sehr herum. Ich nimm einfach H. Achso, das ist ein Zombie. Ah, ich bin runtergefallen. So. Nein. Sorry, ich kann Skills verteilen. Okay. Ich hab noch ein HP, aber... Ey, ich hab schon Schaden genommen. Ich komm dir leider nicht rum. Oh nein! Warum gibt es Zombie, weil die Tasten ist, ja? Das ist eine richtige Core-Engine. Wieso ist da ein Barney? Wie? Nein, ich hab den Gorn drüber gefahren. Die Töne sind wie zu alt. Ey, du bist auch geil. Find ich jetzt ein Zombie? Ja, der andere Zombie ist ein Tür in meinem Weg. Ich komm nicht weiter. Okay. Ich komm nicht mehr die Leiter hoch. Ich bin ein Loch gefallen. Äh, okay. Okay. Wieso bin ich der Einzeste überlegende noch? Einzige. Ihr könnt übrigens wieder neu spawnen, indem ihr drei Menschen umbringt. Oder drei Barneys, je nachdem, was ihr bin. Wie kann ich jetzt meine Sachen... Oh, wow. Immer, immer, wenn man schlägt. Oh, oh. Oh nein. Ich werde selber zu trauen. Ich töte mich. Danke. Ich hab's. Okay, dann lebe ich wieder. Immer, immer, wenn man schlägt. Oh, oh. Hey, weißt du? Da kommt immer der neue Barney. Das Einzige, was es dann so hat. Hey, Gordon. Und dann stellt er wieder. Hey, Gordon. Hey, Gordon. Hey, Gordon. Hey, Gordon. Das ist eine scheiß Doppelläufige. Das ist ein Test eigentlich vom Bontago-Player. Ääh. Oh, Mann. Oh. Ja, ich hab mal vorn gemacht. Ääääh. Zornelz. Was ist das mit Zombie-Geräuschen? Was ist das mit Zombie-Geräuschen? Ah! Ah! War nicht. Jetzt hol einfach Rape. Kai ist so gegessen. Spawn-Captain Kai! Hey Gordon! Wenn man nur sagt, hey Gordon! Ist das das Spiel, wo du Skatestock getroffen hast? Nein, das ist es nicht. Warum bin ich auf dem Dach ges... Ach was zur Hölle. Mann! Ich bin einer Moveschrauber. Ihr könnt, ihr könnt, wenn ihr... Ok, Montago-Player lebt wieder. Oh Mann, ich kann nichts machen! Ich hänge auch fest! Toll! Ja, du musst einfach sterben. Du kannst Kill in die Konsole eingeben. Musste ich auch machen da unten. Das ist nix. Ja, Zombies. Ja, das ist nix. Ja, Munition! Ja, Ballern! Nein! Was zur Hölle? Bam! Bam! Rot fängt einfach raus. Bam! 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 Was zur Hölle? You received one stat point. Das ist ganz ok wie... Oh Mann! Hab ich immer weggeballert. Lass mich erstmal nachladen. Phantom Meme. Ok, ich glaub wir leben wieder. Ja. Ja. War nicht der Story, Köln. Geil, stat point bekommen. Oh fuck! Weil nur damit ihr's wisst, ihr braucht HP, 4D-spunkte, Speed macht euch schneller und Skill macht mehr Waffenschaden und ihr könnt da da für bestimmte Waffen da benutzen. Wie mach ich das rein? Ey, ich bin hier gerade so richtig am sterben. Hatscha. Ich verteil ich meine Skillpolle. Oh nein! Einer von euch jetzt extrem leise. Kann man leider gar nicht verstehen. Ich glaub das bin ich. Oh Gott, ich bin tot! Ja, das bist du. Ja, ich hab jetzt das Problem endlich gelöst. Ok. Ich bin jetzt am Joint. Ok, das ist gut. Ey, ich find's gut, dass die Zombies nicht möglich machen Leitern hochzugehen. Das ist gut, wie ihr gar nicht bemerkt, dass ich ihn doppel, wenn ihr auf die ganze Spiel... Boah! Boah! Aua! Wir müssen auch übrigens irgendwann mal vorankommen, aber das ist so eher nebensächlich. Vorankommen? Hier kann man vorankommen in dem Spiel? Ja. Ja. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Boah! Also es wird damit jeden Spiel in der Mittagsschwerer... Ein Schuss, das hat sie zurückgemacht. Da kommt die Franzose. Mein Fadenkreuz ist total... ...verschobt. Dieses Spiel, der ist jetzt so laut. Versuch's halt realistisch zu sein, so realistisch wie es ist. Nein, der Franzose! Okay, ich geh jetzt ins Poliz... Wir müssen jetzt ins Polizei-Ding ins reingehen. Oh Mann. Weil dort irgendwas müsst ihr hier anmachen. Okay. Komm, wenn ich versuche, ich bin in dem Polizei-Ding jetzt drin. Gut, dass die deutsche Zensur an ist. So, dass alle... Oh nein! Merf! Nein! Was? Ich bin in jemanden drin! Okay. Was passiert hier? Ey, ich versuche irgendeinen Ski. Ey, bist du auch... bist du auch totgeil? Wir sind zwei. Wir sind zwei. Yay, wir sind zwei. Oh! Ah, was sag ich da? Okay, ich sag Dinge! Hehehe! Papa! Ich hab ihn mit der Axte umgebracht. Okay. Oh! Wir sind vier wieder! Gott, ich glaub die Zombies werden stärken wie jeden, der mitmacht. Das ist eine Auflösung. Das ist... Ja, da ist der hier, Mann! Gloob! Gloob! Toll. Tortellini Master Juniors da. Hab ich, hab ich. Wann kommt mal hier runter, damit ich euch umbringen versuchen kann? Aufwärtsum. Aufwärtsum. Ich geh hier hoch. Was war das? Komm, Räuberleiter. Okay, da kommt einer. Was war das? Man kann sich nicht drucken als Zombie, okay? Bei mir ist gerade ein Zombie komplett quer durch den Raum geflogen. Okay. Ich kann einfach body scapen. Ich hab ein Zombie in der Wand kaputt gemacht. Ich weiß nur nicht mehr, was wir hier finden müssen. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß, dass wir irgendwas machen müssen. Lass drücken wir hier mal rein. Lass drücken wir hier mal rein. Nein, ich bin nicht gepritzelt. Ich kenn den Raum. Ich nicht. Oh nein. Oh, ich hab ne Minigun gefunden. And Fortune, you're not scaling. Ach, krieg dich. Wieso gibt es hier eine Minigun? Oh nein, ich hab noch nicht. Ihr müsst genug Skillpoints haben. Ja, wie kann ich überhaupt Skillpost da hin? Du musst deine Taste belegen in den Dingensmenü. In den Tastaturbelegungen. Crash. Ich hänge einen anderen Zombie drin. Und damit kannst du dann deinen Mauszeiger aktivieren. Und wenn du dein Mauszeiger aktivierst, wenn du H gedrückt hältst, dann kannst du da unten deine Punkte verteilen. Jedenfalls auf HP, Speed oder Kill. Äh, Skill. Hast du den Schuss gesehen? Weißt du, Mali, du kannst nicht mal mit deinem blöden Schuss. Mann, warum musst du das? Ich hoffe nicht, dass du dich da bewegen musst. Das ist das Ende der Fahnenstange für dich. Nein, wer ist da drin gewesen? Ich bin eingesperrt! Ah, da ist Barney! Barney, Barney, Barney! Ja, ich hab Barney! Ey, ich will auch mal Barney! Ich habe die Taten, die ich da oben belegen muss. Oh, hier ist ein Flamethrower. Ich kann nie benutzen. Ich bin der Tortellini Master. Das ist sehr gut. Bin ich jetzt in diesem Kackraum eingesperrt. Okay, was habe ich für eine Waffe? Eigentlich geil. Okay. Okay, ich geh hier nach oben. Mal seht, ob hier oben irgendwas Wichtiges ist. Ich glaube, hier ist irgendwas, ja. Oh ja, hier ist ein Helikopter. Wir sollten derben Touren aus Menschen bauen. Und dann gehen die Zombies voran. Wichtigerweise werde ich gerade selber zum Zombie. Tschüss! Ich will hier nicht zum Zombie werden, also bring ich mich um, so. Was bist du für ein nackter Typ? So, und wo muss ich jetzt hinkriegen, wenn ich den Mausteiger habe? Äh, dann musst du mit dem Mausteiger, kannst du unten deine Punkte verteilen. Hä? 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 Ach, da. Okay. Geil nach oben, mal gucken, was genug ist für die Minigun. Guckt euch den Zombie an. Passt auf. So, wo ist denn die... Ach, da oben ist das Dynamit-Dingens. Äh. Okay, da müssen wir hin. Wir müssen das Dynamit zünden. So war das gewesen, was da oben auf dem Dach ist. Mecklenburg Police Department. So glücklich sind wir in Mecklenburg. Ich will aber nicht rassumieren. Haben wir so richtig viel Glück, ey. Mecklenburg ist ungefähr, keine Ahnung, 100 bis 150 Kilometer von dir entfernt. Ach. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Die abgeseckte Strohwinsel nachladen. Ah, nein! Das ist wieder so weit! Du musst links-rechts schießen. Ach so. Ach so. So benehmst du dich ja nicht wieder, Raptus. Warte, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Der war als Zombie. Ich verstehe nicht, wie ich mich wiederbelehmt. Du musst dafür die H-Tasse bedingen. Du kannst oben rechts auf Redemption machen, oder wie das heißt. Okay. Dann kannst du dich wiederbeleben. TNT! Nein, für dich! Ich verstehe den Trick. Ja, ich versuch's nicht, die TNT... Oh ja, jemand hat's gezündet! Oh ja, jemand hat's gezündet! Oh mein Gott, da ist ein riesen Puri-Town. Oh mein Gott, da ist ein riesen Puri-Town. So was, das zweimal so groß ist hier. Ich verstehe den K, also bring ihn in die Mission-Zone. Kann ich irgendwie meine Waffe wegwerfen? Ja, mit G, wenn du das hier einstellst. Also ich fach das immer auf G. Das ist wie G in der Source-Engine, musst du wissen. Wie G drücken in der Source-Engine. So, äh, Option. Äh, das dazu. Redemption. Ich frag mich, ob ich das überhaupt so auf YouTube zeigen darf. Aber das ist schon okay. Ja, und dann kommt wieder von der Line und dann... Ja. Nein. Ey, ich sehe nichts, was Redemption oder sowas heißt. Ich stehe jetzt immer ins Polizei-Auto. Wenn du auf jeden Fall drei Leute getötet hast, dann kommt oben rechts so ein Knopf, dass du dich, äh, wieder als Human spawnen kannst. Tschüss! Wieso wird das so ein riesiges Polizei-Auto? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh Gott, das war... Das Auto... Was ist das? Okay, einfach den, den Polizei-Auto hin. Hallo? Bin das nur ich? Oh, da sieht eines dieser Zombies so aus wie der Typ aus hinten, ey. Das weiß ich nicht, das kann sein, dass er das tut. Bloß wir müssen weiterfahren. Mit dem Auto. Oh nein, da ist das Ende der Map, fällen wir jetzt runter. Oh, ich weiß, wo der Koffer ist. Ich hab versucht, dort hinzukommen, aber... Wieso macht das Auto so unter mir Geräusche, wenn man damit... Einfach 1 zu 1 von Half-Life 1 wird. Oh, lass uns einkaufen gehen. Oh, ein 7-11 in Deutschland. Ja, in Mecklenburg, weißt du. Oh Gott, mein Gott. OK, wie zur Hölle holt man sich eine Waffe, ich bin ja ziemlich hilflos. Wo, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Hier ist der, der schon reich die ganze Zeit auserwitzen, hat das was zu bedeuten? Hamburger... Zombies sind zu dürfen. Einer der Zombies hat Hamburg gesagt. Herr Hanke! Gutes Spiel ey! Oh nein John da waren nur Tortellili Master Junior! Oh nein alle werden zu Zombies! Jeder wieder! Röck! 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 Ey schau mal nach links! Röck! 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 Röck Ja! Ja! Ey, hier ist ein Knopf hier unten in der Ecke. Was ist passiert, ne? Du hast überhaupt keine Waffe bei mir. Was? Der ganze Laden ist in die Luft gesprungen. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Okay. Oh, hier ist ja auch ein Medic und so. Oh, hier ist der Sniper und der ist ein Igel. Oh, hier ist ein Igel in Ruhe. Okay, nehm ich. Oh Gott! Ich hatte doch gerade so ne Stütte gemacht. Ja, wenn du dich dann wiederbeleben kannst, warum nicht? Ich bin der Einzige im Überleben nicht gerade. Ah, ich hab mich umgebracht. Was? So. Wie ist denn du in deine Achille? Die Tür, Mann! Die Tür! Nein! Oh nein! Oh shit! Das ist mir Ruhe! Du bist nur nach hinten gekommen, Mann! Oh Mann, ey! Ich spawne immer dort, wo ich dann in den Boden drin stecke. Die Zombies fliegen immer so und nur geschmalt weg. Oh, voll kein Sinn, ja! Ja, siehst du! Oh, ich spawne schon wieder am genau selben Ort. Mann! Ey, was zur Hölle? Ich sterbe einfach nochmal. Alle sterben einfach. Mann! Ich greif den Barney an! Okay, auch noch Barney. Weil ich bin im Boden gespawnt. Ey, Barney ist nicht da! Ja, ich hab Barney getötet. Kommst doch nicht weiter, wenn ich mich töten wolle! Da ist wieder Barney! Wir müssen wieder Barney töten! Ich bin im Boden gespawnt. Es gibt doch schon zwei Barneys in der Karte. Mann, ihr scheiß Barney töten! Oh nein, ich bin... Ich bin runtergefallen! Nein, Gott! Oh Gott! Nein! Oh shit, wo bin ich denn hier? Nein, ich bin schon wieder am Boden gespawnt. Das Positive ist, wenn ihr einen Menschen umbringt, ihr als normaler Zombie, da wird man nicht infiziert. Und dann heißt das, man kann trotz der Trench weitermachen. Und der Gegner konnte einen trotzdem umbringen, dann hat er wieder gespawnt werden. Also verhilft sich damit aneinander aus, wenn man ein freundlicher Menschenzombie, einen anderen Man umbringt. Das ist übrigens in die Kandidation runter, da ist... Oh! Oh, die Zeit war vorbei! Da hinten war ein Koffer, den ich euch aufbauen musste. Ich hab das Spiel nicht verstanden! Wir haben eine Aufgabe! Ich weiß auch noch nicht, wie man jetzt Skills macht, aber... In der Tastatur-Belogigung musst du diesen einen Knopf belegen, um die Maus-Cursor anzeigen zu lassen. Ja, das hab ich gemacht, aber wie bekomm ich denn das Menü, wo ich irgendwas skillen kann? Ne, das kommt nicht! Das ist einfach da unten! Siehst du die ganze Anzeige da unten? Die äh... Wie geht das jetzt? Ja, okay. Der Typ sieht aus wie... Und die... Der musste dann draufklicken, genau. Ich glaube, ich bin jetzt Batista. Und die Skill-Punkte werden auch auf den Server gespeichert. Jede Runde. Heißt, ihr habt die nächste Runde dann wieder da. Heißt, ihr nehmt die Erpaarung mit, ihr nehmt die nächste Runde mit. Wie mach ich denn das jetzt? Äh, wie mach ich denn das jetzt? Äh, da steht... Äh, da steht... You reached level 5. Worin? Wie ein Helikopter ist das Vietnam? Das ist Vietnam! Oh yeah! Jetzt halte ich die Waffe Gangster-Style! Oh yeah! Bam! Bam! Oh, ich bin Gangster! Ich bin Gangster! Wieso bin ich jetzt ein Zombie? Was ist passiert? Wahrscheinlich wurdest du getötet! Ja, das war auch nicht mal ein Zombie hier! Wieso ist das so ein Roboter, man? Wieso ist das ein Roboter? Wieso ist das ein Roboter? Weil das alles, alles gecuttet ist! Alles Cut! Alles Cut! Du darfst gar nicht mal Zeit für mich. Normalerweise ich wohne in Österreich. Ja, ich auch! Das ist dem Spiel auch egal! Das ist trotzdem Cut! Oh yeah! Schaut euch das an! Ich bin Gangster! Ich halte meine Waffe wie ein echter Gangster! Ich hab den Revolver! Ja, der... Der macht die ganze Zeit so! Wo ist meine Soul Drifle, mit denen ich sie alle abgabe? Mit einer Soul Drifle! Soul Drifle! Da ist meine Soul Drifle! Geil! Soul Drifle! Unsere Aufgabe ist es, übrigens den Koffer zu finden und zur Missionszone zu bringen! Ja, ich habe mich gebunden und dann bin ich fast ein Zombie geworden, obwohl gar kein Zombie bei mir war! Okay, das ist schlecht! Ja, wir müssen jetzt auch... Wir müssen jetzt auch... Wir müssen zu diesem blinkenden, äh... Atomzeichen hinrennen! Da ist nicht der Koffer! Ja, das mach ich schon! Ist ein radioaktiver Koffer oder wie? Weiß ich nicht! Wir bringen einfach radioaktiver Koffer irgendwo hin und das löst alle Probleme! Ja! Also ich hoffe, wir kommen da hin! Ich spreche einfach hier mal... Ja, das sollten wir uns für's echte Leben merken, glaube ich! Das sollten wir echt mal machen, ey! Oh Gott! Das sollten wir echt mal machen! Gott, du hast mich erschreckt, ey! Ja! Sagen die alle Free-Man oder was? Free-Man! Nein, ich mich umbringe, du verrückter! Oh Mann, ich verstehe das nicht! Endlich! Oh, diese unnötige Extreme Gore-Effekte! Ja! Hahahaha! Hä? Wieso bin ich jetzt zum Zombie geworden? Das ist mir auch vollkommen passiert! Ich glaube, man wird infiziert oder so! Ja, irgendwo ist deine Leiste, die hochgeht, wenn du infiziert wirst! Ja, eben! Ja, dann ist halt besser infiziert vom Zombie, wenn du getroffen wirst oft genug! Ich glaube, jetzt kann ich Reswarner jetzt genug Soldaten umgebracht! Nein! Geh weg, Zombies! Ah, jetzt bin ich auch infiziert! Ja! Wenn ihr selbst infiziert seid, dann lasst euch von anderen menschlichen Zombies umbringen! Von anderen Mitspielern! Weil da seid ihr nicht mehr infiziert und ihr könnt dann der Trench weitermachen und der andere hat einen Kill von euch! Hier ist eine Bahn, ey! Hier ist eine Bahn! Wieso sind denn so ein dummen Dschungelgeräusch? Ist der tot? Ja, ich glaube! Der ist wieder Mensch! Komm mal mit Mats, wir sind jetzt zum Suitcase! Und übrigens, oben links habt ihr einen Radar! Das ist nur sehr klein, falls ihr es noch nicht gemerkt habt! Die Grünenpunkte sind auch in Rückspieler! Oh mein Gott! Was ist das denn? Was ist das denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ah, hier unten! Hier unten! Pass auf! Das ist Tobi! Oh Gott! Das ist coolas 7 Nein, nein, nein! Okay, ich komm hier runter! Nein, ich fahre als das für den Rest-Join! Also gott aspects озoronen! Joint the Army! Oh nein! Das Typ habe ich da so Although abgeschnitten! Oh nein! Da wird jemand zum Zombie! Nein! Oh nein, Torzellini Meister, ich weiß woher das kommt. Hör auf zu Tobi zu werden! Nein! Nein! Mann! Ich hoffe nicht jetzt. Wer ist denn jetzt da mitten jetzt dabei? Oh Mann! Ich weiß nicht wer ich ist. Ich glaub dass du bist hinter mir mit der abgesegten Schotwinte. Ja. Okay, dann bin es ich. Oh, da sind Leute. Tötet mich! Ich bin ein Zombie, tötet mich. Okay, ich hab einen Stützpunkt gefunden. Ich hab einen Stützpunkt gefunden. Ich bin einfach explodiert, okay. Ja, ich auch. So, okay. Wer ist denn dem Panzer? Was, Panzer? Panzer? Kommt jetzt wieder so ein schlecht animierter Panzer oder wie? Ja, der Dreifachgröße ist, dass wir selbst... Geil, ich hab Dombete Beretta ey. Der geht von der Bullse, aber der Schotwinte. Na diese Scheunen. Das war so wie White, du wie Hunger. Hier sind übrigens zwei NPCs hier an der Stelle, die ihr umbringen könnt als Zombies. Die sind beide auf dem Land und spawnen sofort wieder. Die sind beide auf dem Land. Ja, aber ich bin gleich mit dem Panzer. Puh, ich bin mal im Koffer. Werdet ihr auch da drauf gehen? Ich bin bei jedem beim Stützpunkt. Also so ein Halfpack oder so. Ja. Hallo Leute. Hallo. Ja, ja, irgendwo hier ist wirklich ein Panzer übrigens. Hier ist übrigens Munition, die ihr auch sagen könnt, werdet ihr da auf E gedrückt hat, auf diesen Munitionskasten. Dann könnt ihr Munition langsam wieder auffüllen. Ich hab den Koffer, du musst an der Hilfe. Ich hab den Koffer, du musst an der Hilfe. Oh, oh klar. Ich hab nie mal zwei Schläge ausgehalten, was zur Fälle. Ja, wenn Koffer sich auf den Koffer treppen, macht das mehr Schaden übrigens. Weil ist keine Schaden. Da ist das Horn ab. Dann geht immer wieder ein White, Mehanger. Ah. Wieso bringst du nicht die NPCs auf? Mach ich auch. Ich brauch doch nur drei Kills. Ich hab den Koffer, aber ich weiß nicht, was ich jetzt für mich machen soll. mit dem ich kann ihn nicht mal aufheben Du musst alles wegwerfen Du musst alles wegwerfen Ja ich weiß nicht Ja die Taste habe ich noch nicht gefunden Ich suche die Taste Ja genau das ist der Knopf Den musst du anwählen mit deinem Knopf den du dafür ausgewählt hast Was wie? Mit deinem Knopf den du dafür in der Taste Tubeling ausgewählt hast Ja wie hast du die Taste meine ich? Ehm Show Mouse Cursor Das ist ein Panzer Das ist ein Panzer Oh hier sind noch mehr NPCs Ach hier ganz oben Pass auf Batista hinter dir Guck durch den Panzer an Oh nein Batista Ja man hört mich nicht um ich will die NPCs umdrehen Oh hier ist ein Helikopter Mann du mal Vietnam Ich mag immer gerne erst mein Skill auf 10 bringen Wenn du den Skill auf 10 hast dann kannst du alles anwenden Aber wenn du darüber hinaus gehst machst du noch mehr Schaden Ich hab 7 Punkte ich verstehe immer nicht wie es ist Nein liegt auf mich Ja ich mach schon gar nichts Greift die Zombie nicht an Auch wenn der Zombie ist Oh Gott der ist in den Tod gesprungen Tortellini Master Hä warum bin ich immer noch nicht um? Der Tortellini Master bist du das Ballerer? Wer immer da auf dem Boot geht Bring mich mal bitte gleich nicht um Okay der Tortellini Master Okay cool Wieso bin ich einfach mühe? Ich bin einfach nur derbe schnell mit 6 Oh Gott das war Jan Mann Ja ich hab nicht gesagt du sollst nicht Ja es tut mir leid ich wollte das nicht Ich habe immer Angst dass ihr mich töten wollt Ne ich will nur die NPCs umdrehen Okay das ist sehr freundlich von dir Ja ich spring wieder rum also nicht mich umdrehen Ja Targets sind ja Targets hier Dumme Bewegung So ich muss zum Target Targets 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 Re Fung Ja Ja Ui So wie werde ich jetzt wieder nicht Zombie verstehe das nicht Du musst drei Leute umbringen We spawning as human after death Du musst verrecken irgendjemand muss mich killen Oh shit ey ich bin wieder an der Station angekommen Ah Wo wollte ich mich immer umbringen Du willst umgebracht werden? Okay gut Oh yeah Du willst nicht umgebracht werden Okay Du hier als Zombies die mir nix tun die tu ich ja auch nicht Join US Der US will ich gerne joinen ja Join the Navy Oh einfach Wir waren etniot Ne mal lass dich in Ruhe Ich hab endlich die Zombie Oh wie die Zombie schreiben Zom Zombie Uh Ach Ich bin Ich hab leider gesehen wo man das packen könnte Da ist so'n fetter Panzer der gackt durch die Gegend Ich mach's ja Nein das ist falsch Das ist die falsche Richtung Okay wo muss ich dann hin? Führe mich Du musst dich beschützen Du musst dich beschützen Ja ich auch Oh nein der VIP Nein Der V-Hawk LP Protect the V-Hawk LP Der V-Hawk LP Protect the V-Hawk Protect the V-Hawk Save the V-Hawk LP Team Ich werd zum Zombie gleich Nein Mein Gott ich auch ich hab noch 1 HP Oh Gott das ist der Panzer Was ist das da? Da hinten ich seh Okay Mach dir Panzer Ja ich hab den Koffer hin gebracht Kaiju kickst von Zombie Wir müssen 151 Zombies töten Oh mein Gott der ist der Panzer weg Oh was? Da hat sich der Panzer gerade dreimal hin Und der Panzer Boah der Panzer dreimal nicht durch Der Panzer ist wirklich wahnsinnig geworden Warte mich auch was mit dem Koffer drinnen wird Dass er jetzt so durchdreht Hier ist gerade Exodos Der Panzer dreht sich einfach tatsächlich hart weißt du Dem ist alles Oh nein ich werd zum Zombie bringt mich um Zombies bitte Ein Zombie von euch bringt mich bitte um Bringt du mich um Ich muss danke Wollt ihr mich zum Zombie mehr Ich will selber sterben Ich bring mich um Ich bin wieder ganz am Armfahrer und wenigstens bin ich kein Zombie Bring mich um Bring mich um Bring mich um Ja Was macht der Panzer denn da? Nein der Panzer muss mich überfahren Ich fang einfach nur ab der Panzer Nehm mal die Acht und Axt und drück mal zweimal hintereinander den Komaustaster Hat sich der Panzer gerade umgefahren Wo kommt ihr denn her ihr scheiß Zombies? Mein Gott ich bin immer noch ein Zombie Aber ich hab bloß dran Oh was zur Hölle macht er dann mit der Axt Gott ich bin wieder hier Nein dann nehmen wir Schaffen Egal ich halt doppelt Uzi ey Und was ist das für ein Mähdrescher hier? Ja Ich hab nie Oh ich hör nur ein Zombie Oh er ist gedacht Ich nicht Ich hör die ganze an ein äh Da ist ein Helikopter Oh ich seh ihn Er ist nicht Vietnam Habe ich das für nicht gesagt Er raucht aber also Er raucht aber also Nein lass mich in Ruhe Nein lass mich in Ruhe Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ihr seid einfach dieser Derbe Mähdrescher Ja der ist gut Echt der kommt als die Verkommung um uns zu wenden Los Du müsst erst noch die Zombies töten Nein der haut ab Oh da kann ich die Scheunde gehen Da war ne geile Waffe wenn ich mich recht erinnere Ich werd wieder zum Zombie Stimmt die sind echt Mähdrescher Ich würd mal gern wieder weiter kommen Wo seid ihr denn? Wir müssten Zombies töten gerade oben links Steht die Aufgabe Also weiter kommen kannst indem du jetzt gerade Zombie tötest Oh hier ist der AK Okay Deine Zombie ist einfach gerade random umgefallen Ohne Grund und ist gestorben Oh klingt nicht nett Äh was zur Hölle wo bin ich? Das Spiel ist natürlich auch schwerer Wer auch immer wieder hinterher läuft Lass mich in Ruhe und töte NPCs Oh mein Gott ich hasse dich Wie gesagt ich hab dich auch lieb Oh kalt und leer Ich will doch nur mal weiterkommen Oh Level okay Mehr Schaden machen Das ist das Einzige was ich will Ah nein Ich wollte kein Zombie Oh Was ist das? Heeeh 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 Oh Mann da schwack der Paxer noch überhaupt Skill sorgt dafür dass du mehr Waffen tragen kannst Waffen benutzen kannst Also nicht mehr tragen Ich meine mehr benutzen kannst Weil manche haben ein gewisses Anforderungslevel Bis Level 10 geht das Und alles über Level 10 sorgt nicht nur für die Speaker Sondern dafür dass du eben halt mehr Schaden machst glaube ich auch noch Okay, ich habe einfach alles bis jetzt in Speed gemacht, war geil. Ja, Speed ist auch nicht verkehrt. Ich bin bei HP bei 2 und Skilb bei 7. Wie kann ich jetzt meine Skilb unter verteilen? Hast du die Zombies müssen wir noch umbringen? Hast du dir schon eine Maus-Cursor-Taste festgelegt? Ja, habe ich. Wenn du jetzt diese Taste gedrückt hältst, hast du den Maustag aufgewählt, dann kannst du nach unten gehen auf dem Bildschirm. Und dann kannst du dann auf die jeweilige Kategorie klicken und dann verklickst du jeweils über einen Punkt. Was zur Hölle? Mann, ich kann hier nicht mehr hoch. Och, scheiße. Oh Gott, die Idee, die mal anzulösen. Achtung, Anzug, Mann. Ich weiß gar nicht, wie man das Time-Limit einstellt. Ich hätte gerne länger das Time-Limit, weil so schaffen wir das ja, glaube ich, gar nicht. Wir haben ja gar nicht genug Zeit, die Mission zu schaffen. 70 Zombies noch. Hast du mal einen Zombie? Ich habe dich gerettet. Hast du? Ja. Okay. So, ich mache mir mal das Time-Limit, die nächste Runde mal länger. Jetzt sind wir mal auf dem Bildschirm. Jetzt war es auf eine Stunde, einfach mal lieber. Ja, wir können ja jetzt aus dem Bildschirm. Diff-Culture-Ratio mache ich mal auf 0,5. Du hast Map-Word-Jagen gemacht, für den Fall. Ja. Ich habe gerade Dinge geändert. Diff-Culture-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio-Ratio. Kann ich auch auf 0,5. Das schaffen wir echt nicht mehr, wir haben nur noch 2 Sekunden. Und Ende. Ich habe die difficulty jetzt weiter runtergesetzt. Wieso bin ich 2er? Wir sind nicht weiter. Ich bin jetzt da. Was ist der Felle? Was wie das Punkt? Mach doch mal einen neuen Server auf, einfach nur, damit wir, welche Karte ist das gerade? Wo zum Teufel sind wir eigentlich? Ich will doch mal gerne Mecklenburg spielen. Das sieht nach London aus. Oh ja, Mecklenburg. Ich will auch mal Mecklenburg in Amerika. Oh Gott, ich hab die Schwierigkeit gerade auf 10,8 gestellt, das ist nicht gut. Ich mach nochmal einen neuen Server. So, Hover ist das für die Mauskurse. Show Mauskurse. Was nehmen wir denn da mal? So, nochmal, jetzt könnt ihr. Jetzt könnt ihr reinkommen. Ich versteh noch immer nicht, wie das geht. Ich hab ne neue Karte aufgemacht anscheinend. Kill at least, 84 Zombies. Ach du Scheiße. Das ist aber nicht Mecklenburg. Nein, das ist The Gay Disco. The Gay Disco? Der Gay Disco steht hier auf jeden Fall auf der einen Schild drauf. Oh, ich höre YMCA kommt aus der Disco ohne Schott. Ich muss hier weg. Ich hab Gemas hinter mir her. Okay, lieber nicht. Wo ist denn die Gay Disco? Ich seh die hier. Ich geh da nicht hin, weil... Wo ist die Gemas sofort da? Ich will die aber mal hören. Ich will die auch finden. So, erstmal mal Skill-Punk die wieder verteilen. Hier geht den Human Slaughterhouse. Oh, ich hör was. Das ist die Batsche. Dann schnappert your Gun-Dealer. Hell Avenue und der Gorp-Up. Oh, gut. Die Zombies halten jetzt, glaube ich, weniger aus, weil die es mir vorkommen. Oh, ich bin Zombie. Wieso auch immer. Manchmal startest du auch einfach so gleich einen Abfahrer-Zombie. Okay. Ähm... Könnt ich mir mal eben folgen? Ah, hier ist der Gay Disco. Ich müsste aber nicht mehr verpinnen. Ist das der Ron-Pup? Oh mein Gott, YMCA! Ich darf da nicht hingehen. Ich hab da Angst vor. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Du willst doch 142 Zombies töten, ey. Der Damaranda, ey. Die Gay Disco. Das ist die Gay Disco. Noch höch nicht. Ich kann ja die rechtlichen Waffe ändern. Nur sich hält. Der hat euch getötetet werden, hab ich das Gefühl. Also, ich sehe, ey. Ich kann nicht. Das kann nur der andere Zombie gerade für dich tun. Da kommt einer. Hier, er tötet dich. Lass dich töten. Von ihm hier. Zombie war schon 3000. So. Du hast es geschafft, hast ihn gerettet, ey. Oh, ich hörs. Ich hörs. Nein. Das Ding heißt doch doch wirklich die Gay Disco. I am the end. I am the end. I am the end. I am the end. Und da ist die Gabe da. Okay. Oh, wollt ihr mal ein Schluck Blatt Cola, ey? I am the end. Ich will nicht töten. Mein Geist. Warum will ich jetzt mal nicht gehen? Komm schon. Nein. Nein. Sagst du mal einen NPC hier, dann kannst du ja. Okay. Ey, warum rennst du weg? Dang. Oh shit. Okay, Glück gehabt. Okay. Oh, wie grüß man denn gleich? Wie wäre es denn der scheiß Helicopter uns vielleicht mal abholt? Der hat keinen Bock. Nee, kein Bock. Doch, ist doch nicht sicher genug. Ich hab jetzt immer wieder Slash Kill in die Konsole. Ah, dann kommst du dich wieder. Maaan. Ich wollt da rüber. Ich denke ich jetzt den Kugelgang aufgeben. Oh, ich hab die Minigun. Jaaaa! Du du jaa! Yaaaaa.. Yaaaaaay. Yaaaaaay Mz, ey. Was zur Hölle? Oh man, ey! Ich hatte meine Schluck auf mich weg. Es ist ziemlich beeindruckt. Jaaa, ich verstehe das auch nicht. Fönte mich. Wunder. Ok. Ja ok, danke zuh. Ähm, ich bin irgendwie auf die Dächer... WAH! Warum?! Bei mir ist ja krass die Musik Wenn ich jetzt so einen Sound spiele, wo ich gar nicht hin sollte Ähm, ich kann jetzt Out of Bounce, wenn... Also ich könnte jetzt Out of Bounce, wenn ich wollte Mach doch Okay, mach ich Wir müssen wir zombies töten Nein, ich bin zombies Okay Siehst du, da unten ist ein kleines Loch Ich bin eigentlich der einzigste Einzigste Oh, eine Waffe Weißt du, weißt du, wenn ich gerade eine gute Musik bekomme? Ich bin zombie Die Minigam, was müssen wir eigentlich machen? Ich hab schwer eigene Musik Boah, hey MC, hey Ja, hier ist ein Knopf, ich hab ihn mal gedrückt Okay, ich kann Slashkill machen wieder Inherz, das müssen wir jetzt eigentlich machen Wir müssen noch 100 Zombies killen Toll Wir müssen noch 100 Zombies killen Boah, der Zombie kriegt ja nicht hin Ich kann den Minigam nicht mehr aufheben Du musst erst deinen Skill skillen Ja, ich hab ja schon 10 Okay Okay Oh nein, ich bin zu Zombie Rettet mich Leute Tötet mich Tottelini Master Ich bin hinter dir Tötet mich Tötet mich Tötet mich noch mehr Noch mehr Danke Dann kriegt er nicht einfach 200 Lebenspunkte, weil es ein Zombie wird Oh scheiße, ich bin Zombie Oh nein, ich muss hier weg, wo MCA läuft Die Gamer kommt MCA ist schlimmer als alle Zombies Das ist wirklich so für mich Oh man, da kann ich ja voll viel gegen tun Gegen die Gamer? Ne Nee Gegen die Gamer Nee, gegen die Gamer Nee, gegen die Gamer Oh mein Gott, jetzt bin ich auch wieder in die Zombie Ich will nur NPCs töten, also Ja, ich auch Tottelini Master sieht das anders Okay, kann ich jetzt so Human werden Bloody Street Bloody Street Ich spring einfach in den Zombie Butcher 3000 Zombie Butcher 3000, rette mich Ich bin sogar von der Marine getötet Das ist ein bisschen peinlich Okay 74 noch Ich habe das Gefühl hinter mir ist auch schon wieder da Leute mit der Axt kloppen, bringt echt ziemlich viel Muss ich aber mal an der Stelle sagen So, jetzt bin ich auch in den Zombie Butcher Ja 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 3 Ja 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 Ich bin so ein paar Bugs, kann das sein Ja Nein Ja 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 Keine Facts, überhaupt keine Facts. Ey, das ist ja ein Waffen-Ranch. Der Waffen-Ranch. Ja geil, da hol ich mir jetzt eine Mini-Gun. Hoffentlich kann ich es nicht tragen. Ja geil. Ja, ich dachte auch bei den Mini-Gun. Aber irgendwie können wir uns wieder nicht mehr aufsehen, nachdem ich die Ammer hatte. Ja, danke. Alle weg, verdammt. Oh Gott, YMCA schon wieder. Du musst beim Modernen immer aufpassen, weil die immer so was reinbauen. Ich schieße einfach nur auf den Körper von Zombie, guck wie lange das braucht. Lass den springenden Zombie bitte in Ruhe. Alter Schwede, da gehen ja Jahre dran, ey. Okay, alle. Ich brauche eine neue Waffe. Was habe ich denn da? Da ist halt Eagle, okay. Und da Revolver, äh, hier, Thorn auch. Wir haben es gleich geschafft, wir haben gleich genug Zombies getötet, Leute. So ein bisschen wie ich jetzt bin. Okay, jetzt werde ich endlich wieder ein Mensch. Jetzt hol ich mir die Mini-Gun. Oh shit. So, ich müsste echt mal ein paar, ein paar mehr Punkte in Speed packen, wenn ich mir das so ansehe, wie langsam ich bin. So. Ey, man könnte selbst hier theoretisch auf Bounce gehen, ohne dass man das nicht passiert. Oder? Moment mal. Ne, das ist nur... Oh shit, ey. Ich hab hier einen Knopf gefunden. Ich drück dann einfach mal auf grün. Oh Gott, ey. Was war gerade beim Spiel los? Okay, noch 10 Zombies müssen wir töten, da haben wir es geschafft, ey. Vielleicht auch wir müssen einen Knopf hier drücken. Oh Mann, ey. Oh geil. Los geht's, wir müssen den Koffer finden. Der ist da hinten. Auf der anderen Seite. Der Koffer... Der Koffer, der will nichts mehr für mich. Darf ich mich auch? Oh, mal ein bisschen Munition holen, ey. Okay, so. Los geht's euch! Ich hab nicht, der seit Igel? Ja. So dumme Schreibstil, ey! Oh! Was? Ah, hörte! Da ist unter mir gerade eine Leiche rumgeflogen. Setzt sich gut an. Ja, es sah ziemlich grün. Du hast den Koffer? Geh, ich komm dir entgegen. Ey, meine Maffe macht nur noch mehr Klick-Sounds, was mach ich denn da? Munition suchen. Wo ist denn der Typ mit dem Koffer? Also da. Ja, ich bin bei ihm. Wird doch nicht... Klick, klick. Wo muss denn der hin? Ich glaub wir müssen in die Mitte mit dem Koffer. Ey, wieso mach ich keinen Schaden? Was ist denn der Scheiß? Aua! Wo ist denn der Koffer, Mann? Was ist denn der Koffer, Mann? Komm mal mit. Da, da ist der Tortellini-Master. Da ist er. Los, Koffer-Man, Tortellini-Master. Müsst ihr in die Mitte der Karte? Ich glaub, da müssen wir damit hin. Oh, Zombie. Oh mein Gott. Ja, hier ist die Mission-Zone. Hier müssen wir hin damit. Nein, ich würde... Oh nein, Giant Zombie, nicht Fred wieder. Ich glaub Fred heißt er. Ja, Fred. Wo ist denn Fred? Ich werde niemals Fred vergessen. Deshalb muss ich auch, wenn ich jedes Mal höre, wenn ich über Five Nights at Freddy so wie das heißt rede, muss ich immer an diese Spiegel denken. Wenn ich immer an Fred denke, muss ich Riesen-Zombie, so ein riesiger Farmer-Zombie ist. Oh, weißt du, dass der Fred heißt? Weil er Fred heißt, glaub mir. Da steht da oben links sogar, glaub ich. Y-M-C-A. Ah ja, das sind echt Fred the Mutant Zombie. Ich singe Y-M-C-A. Wo ist er, da ist er das, Fred. Seh ich am Horizont, wie so ein Zombie vorbeifliegt. Ich seh, ich seh Fred sich bewegen. Oh nein, ich bin bei Y-M-C-A, das ist nicht gut. Ja, ich hol mir mal Fred. Wieso ist Fred bei der, wie ist das Fred bei der schwulen Disco? Ja, doch Fred kannst du dir selbst machen. Und da ist Fred. Ja, und wir müssen nur Fred umbringen, an alles und unsich nicht. Er will, dass die Gamer dich kürzen. Ja. Scheiße. Schieß einfach nur auf seinen Kopf ey, nachher hat er keinen mehr, dass die zu verlosieren. Join us. Meine Simmarians können mich nicht killen. Die sind einfach zu schlecht. Geht doch. Oh shit ey. Nein, 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 ich muss drüber reden, wenn die Y-M-C-A machen. Y-M-C-A. Oh Gott, da ist Fred. Oh, die haben die gute Salve gegeben. Man sieht nur, wenn man dem Schaden macht, das ist viel schlimmer. Oh, ich will, wie das kaum geht. Ich mach den Hack. Oh nein, ich werde transportieren. Ich nehme ihn mit. Ist doch schön, wenn du es schaffen würdest, aber leider ist das nicht so leicht. Aber wie ist es Tank-Swingen gerade so gut, dass ich auf mich schießen kann? Ich versteh noch immer nicht, wie ich Skillsponzen zufüge. Hast du die Taste verbunden, die du ... mit der du die Maus machst? Nee. Du musst dir die Optionen gehen und irgendwas mit Maus-Croser umstellen. Oh, da ist Fretchen. Du hast die Optionen ganz oben. Nein, ich will nicht weiterziehen! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal.. So, ok, so Fred... Du musst auch mal langsam sterben Das kann doch nicht weitergehen wenn du zwei... Nein, die wird das echt von der Gamer gesperrt Ja, das ist das Schlimme daran, die machen das heißt Ich sehe das komme Weiß nicht, ob das hier überhaupt ein Produkt ist, dass der Gamer gesperrt hat? Oh Gott, die fährt so ein Zombie Ja ich glaub schon, das ist so ein Read, wo ich schon glaube, dass das gefährlich ist Hier guck mal! Da ist der andere Zombie Gakze, soll ich dich tönen? Ja, bitte, Totodini Master. Danke. Räääääh. Voll dir die Watt gefetzt. So, okay, ich muss hier zu... So, ich hol mir jetzt Fred mit der Minigun. Ich muss dir jetzt erstmal eine neue Waffe holen, da hinten. Ich bin hier grad bei der Satan-Rame. Dann bei der... Geil, Minigun! Jaaaaaaaaaaah! Geht mit der Minigun zu Fred, ey, wir haben noch 3 Minuten. Ja, ich... Ich steige mich ja schon, aber ich bin zu scheiße Dank für mich. Ich hätte doch mehr Speed zu kriegen sollen. Zurück hatte ich schon einigermaßen was aus. Ich hab nämlich schon 124 Lebenspunkte, wenn ich swarm. Leider redet keiner von den Zombies in den Zombie-Budger rein. Muss man den auf den Kopf schießen, oder ist das egal? Äh, lieber auf den Kopf schießen. Sonst machst du nicht so viel Schaden. Auf den Kopf schießen macht so viel mehr Schaden. Okay, wo ist er? Da ist Fred, ey. Oh, Gott, ich muss hier drauf vorbeilaufen. Oh, in der YMCA, in der Dieder, in der YM... Okay, so. Wo ist er? Da, okay. Ich falle jetzt auch auf ihn. Unendlich viel. Schieß einfach auf seinen Kopf, und der Kopf ist das Beste. Oh Gott, der ist echt von dem Zombie-Budger rein von der Seite. Na, ich sterbe sowieso jetzt gleich wieder. Ja, ich sterbe schnell. Einen Zombie-Budger nicht um, ich bin bei der Mission-Budger. Oh, sein Kopf geht langsam weg. Ah, weiß nicht. Ich verstehe. Oh Gott, sein Kopf ist fast weg. Wir haben es nicht geschafft. Ja, er ist tot. Okay, jetzt ist er das Radio beordert, damit wir ins Landing Zone kommen. Wir haben noch zwei Minuten. Was müssen wir? Wir müssen das Radio beordern, da hinten ganz an der Ecke. Ist das der Knopf? Ja, das ist der Knopf. Okay, bei dem war ich vorhin die ganze Zeit. Ja, aber jetzt hat der Helikopter fucked zu kommen. Nehmt mich mit, ich bin unten bei der Gate-Disco. Wartet auf mich. Oh shit. Oh nein. Bin gleich da. Kann kein Knopf nicht drücken? So, jetzt. Okay. Der Helikopter kommt. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Tötet mich. Ich bin einfach ein Zombie. Irgendwer muss mich töten. Oh Gott, jetzt muss er erst mal hier hinkommen. Und doch, er kommt. Fucker, fucker, fucker. Ich bin da. Oh shit, Leute, er kommt. Lasst euch abholen. Ich lande endlich. Tötet mich. Nein, warum bin ich jetzt gestorben? Okay, wir kannst du endlich so gehen. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Ich bin gestorben. Okay, was soll. Geil, ey. Wir leben Tortellini, Master. Lass dich abholen. Geht alle zu, ähm, Helikopter. Ich kann das nicht lesen, was da steht, aber okay. So, Asuro los, beeil dich so hingekommen. Ich geh schnell. Okay. Wer landet nicht mal? Ja, ja, du musst einfach nur hingehen. Der muss nicht landen. Du musst noch abgehen. Er ist zu schlecht zum Landen. Ich bin gleich da. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Okay. Ach so, ach so, ich bin gestorben. Ich habe ihn abgeholt. Ich habe das so gestär. Ja, man kann dann auch als Zombie weiterspielen, der ist heute nicht besser. Die Bots haben einfach mal keine Zombies, die schießen auf sich gegenseitig. Was ich denn eine, eine halbe Sekunde kriege ich ja sofort über ein Schieb. Oh nein, das ist ja schon fast die Brailer. I'm afraid of monsters. Wie ist das denn hier bei, bitte, Brailer? Ich werde euch einfach abknallen. Mit'n A-ZO-Un-Prüfeln werde ich euch einfach abknallen. Ich habe eine Winchester. Okay, wir müssen den Case finden. Also auf, auf. Und den Pfeil müssen wir finden. Ja, wir müssen den Pfeil finden. Klassischer Pfeil von Mats Deutsch. Ja. Klassischer Case, haha. Ich habe eine Winchester, wirst du? So. Die Winchester ist cool, die lädt immer geil nach. Ja. Das ist der Case, ey. Okay, haben wir den Case? Oh mein Gott, die ist ja nicht mehr so, wenn man nachgeht. Okay. Wir in die Bappe drehen. Hahaha. Die ist gut, ne? Ja, die ist echt. Winchester ist die Unterhebel-Repetiere. Okay, Tortellini-Master ist nicht mehr zu retten. Fuck. Tortellini, mal renn noch mal zu unserer Zone. Oh shit. Oh shit, ich werde selber zu zombie. Aber ich habe den Koffer. Ich bring den Koffer noch zum Ende. Bringt mich hier oben ein zum Bein. Ich glaube, ab der Hälfte kann man es nicht mehr stoppen. Nee, ab der Hälfte hat man mehr Lebenspunkte. Okay, wo ist der Zombie? Wer war ich der Zombie? Ich wollte mich gerade umbringen. Ich habe irgendwie einen Zombie gerade am... Ich wollte dich umbringen. Okay. Das weggelaufen, ich erzähl's. Irgendjemand mal. Ja, füllt euch! Braiiiinnn. Braiiinnn. Irgendein Zombie, ja, danke. Zombies, Braiiinnn. 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 Ich kann mich wiederbeleben. War ein Zombie, bin Braiiinnn. Ja, jetzt können wir mich echt umbringen. Hier, 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 der Meme-Zombie. Ja, jetzt fliegen. Ja. Okay. So, da liegt der Koffer. Ihr müsst direkt vor unserer Nase. Wir haben Punkte angezeigt, aber ich sehe keinen Koffer. Ja, du musst einfach trotzdem einfach fallen lassen. Dann müsstest du ihn eigentlich automatisch aufheben. Oder auch nicht. Ich hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Irgendjemand hat ihn zu dir geschmissen. Da ist die... Okay, haben wir, haben wir. Jetzt ist die Tür da links aufgegangen. Jetzt müssen wir zur nächsten Section. Komm, geh. Okay, geh da einfach hin, damit wir einen neuen Wingspointpoint haben. Oh, fuck. Dann muss ich zu mir. Okay, ich bin hier. Habt ihr schon im Respawn Feind? Okay. So, okay. Need some time to hack the door. Hold your position. Okay, wir müssen jetzt einfach nur für zwei Minuten die Position hier halten. Heißt, wir müssen da einfach warten. Weil es ist egal, ob ihr schwärbt. Weil wir hier respawnen. Ist da noch zu sagen. Gott, ey. Da, 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 nein! Oh, shit. Okay. Okay, das ist ein Zombie. Ich glaub, das war nicht das Mensch. Okay, Tortellini-Master bringt mich. Ich glaub, ich hab eh keine Lebensenergie mehr. Ja. Kann es sein, dass man nur alles... Ah, ne, okay. So, wo muss ich hin? Wir sind eigentlich fünf Leute hier mit im Spiel, aber nur... Achso, wir sind jetzt in Zukunft. Okay, macht Sinn. Ne, ich hab mich selber nicht mitgezählt. Jetzt geil. Bring mich mal hier oben um... Komm, schnell, 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 schnell. Ich? Achso, okay. Wo bist du? Da. Hier. Wir sind ja noch nicht in der nächsten Section, ey. Ich muss in der nächsten Section wieder. Ich will HP erst. Ja, okay. Jetzt muss mich jemand umbringen. Oder ich kann einfach Kill einen geben. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich muss die Zombie Slalom ausweichen, ey. Oh, shit. Das gerade direkt vor mir ein Zombie gespawnt hat, hat mir alles blockiert, ey. Das ist ja immer längst in der Erde. Eigentlich nicht. Ja, ich glaube, ich sterbe gerade schon wieder. Aber jetzt hat ich mal die nächste Tür offen. Aber jetzt glaube ich, ich will gut gehen. Hier, schnell, bring mich um. Oh, shit. Scheiße. Ich bin an Bitterfrost gestorben. An was? An Bitterfrost. Bitterfrost? Ja. Bitterfrost... Oh, scheiße. Oh, shit. Meine Wacken. Okay, er hat die Tür gehackt. Krass. Geil, wir können weiter. Great, move on. So voll so, ja, voll glücklich. Okay, ich hab die AK. Ich wusste nicht, ist die Tür da unten. Okay, alles klar. Komm ich da runter? Hier am besten? Ah, hier. Oh, shit, erst mal hier langkommt. Oh, fuck, ich hab ein Problem. Oh, shit. Bekloppener. Okay, den hab ich erwischt. Okay, wir können weiter. I'll fight your way up this section. I would be able to open an additional door so that you're away from your vision zone would be shorter. Okay. Was auch immer. Will das irgendwas machen? Was müssen wir erzählen? Ich nehme den Flammenwerfer. Kann ich ihn schon nehmen? Nee, leider nicht. Okay. Aber ich kann ihn noch nicht benutzen. Nee, noch nicht genug Skill für. Hier. Ach, Gott. Ich wünsche mir die NPC, ich komme hier keine 5 Meter weit. Oh, hier ist eine Leiter. Wo seid ihr denn? Hoppala. Okay. Aber ich bin falsch gegangen, kann das sein? Das kann sein, oh nein, schlechter Ablauf 1 Geräusche. Weißt du nicht, warum werden die schlechten Türgeräusche kommen auf einmal? Aber hier ist Beretta. Die nehme ich leer. Na, ich bin echt falsch gegangen. Ich bin auch irgendwo und weiß nicht wo. Oh, fuck. Da muss sich ein bisschen zacken. Ich bin hier in so einem großen Raum mit so einer Stargate hier. Folgt jeden einen einsamen Punkt, der nicht dort ist, wo ihr seid. Ich habe den Minigun. Ich habe mich einfach zu tun. In der bin ich ungerollt. Alter, was passiert da? Hahaha. Matze tötet einfach alle Zombies. Gilt nicht. Oh, hier sind welche. Oh, schön. Ich bin auch schon wieder vielfältiger als du mein Milchborn und dann wieder ein Traumgefühl. Ja, du musst da draufklicken. Oh. Ja. 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 Du meinst zu mir Zombien. Oh, fuck ey. Oh, fuck ey. Oh, fuck ey. Oh, man diese tausend Zombies, die in den alten Typen drin stecken ey. Die machen wir am meisten fertig ey. Das sind allgemein zu viele Zombies. Oh, das soll ich so nicht sagen. Das ist eigentlich schon ganz okay. Ich bin so witzig. Nee, weil man kommen halt, ich, also zumindest ich komme halt nicht weiter, ohne dass ich wieder infiziert werde und nach fünf Schritten. Das verstehe ich nicht. Ich bin so zeitgeräusern. Ja, sie sind schon wieder ein Zombie. Ich seh'n wieder zu Zombies, sie die ganze Zeit in die Gegner hier rein beamen, in die Leute. Ich töte sie und das ist gut. Ich glaube, ich weiß aber jetzt wenig, wo ich hin müsste. Das war ich. Hier liegt aber so eine Leiche mit irgendjemandem Ist es normal, dass hier Zombie keine Leiter benutzen kann? Ja, das war auch schon im vorherigen Level so Boah, da hatte ich noch nie die Möglichkeit einsam zu benutzen als Zombie Darf ich dich mal umbringen? Boah, jetzt bin ich runtergefallen Was aber wenn wir Zombies umbringen? Musst du jetzt einfach überleben Weißt du, du bringst ein Zombie mit drei Schiffs mit der AK um Aber wenn du auf den Körper schießt, kannst du ein ganzes Magazin reinballern Aber... Ja, ich mach mal so viel die ganze Zeit anzuholen Sexu... Sexualitisch testorientiert, okay? Ja... Du musst halt das... Ihren trennen Hörte mich, Zombie Hier, hier, hier So, ich? Hier, hier? Ja, keine Ahnung Schnell, schnell! Nein, zufrieden Oh, sorry Kein Problem Na, jetzt musst du auch so leben wie ich Ja Das würde das Was sich irgendwelche Marines finden Ja, aber weiter oben ist einer Ich hab meinen Pensum schon erreicht Glaube zumindest Ne, ich bin schon wieder ein Zombie mit dieser Scheißfahrt Ja, ich hab schon zwei, man muss da oben rechts drauf klicken und dann irgendwie sterben Ich meine, dein Map kann irgendwo runter springen Ich halte ja eigentlich noch die Stellung, aber wir haben es noch gleich geschafft So, ich brauche mal wieder weiter, komm mal So, jetzt Great, wie mal... But Fred's twin brother, Hans Fred erwartet dich, oh nein, ich Hans Fred Hans Fred Hans Fred Das sind fast so wie Hans und Franz Ja Hans Fred ist irgendwo hier, ich muss sie töten Willst du jetzt eng in die neue Tür auf sein, womit ihr schneller hierher kommt? Fragt mich aber nicht wie Ist ein Stargill Oh nein, der ist Fred, ich hab ihn gefunden Der ist so ein Superintussid, der hilft dir bei ihm Hans Fred, Entschuldigung Oh Gott, der ist bloß schnell Hilft dir gegen Hans Fred Ja, ich bin schon auf dem Weg Ich hab das eigentlich sowieso auf dem Weg zu sterben Irgendjemand ist hier schon gleich da, irgendjemand ist angekommen Totonini-Master, okay Hans Fred weiß nicht, was er tun soll Nein, ich will nicht schon wieder sterben Nein! Oh, Hans Fred Hans Fred hat mich runtergekickt, ey Oh shit, ey, Hans Fred hat es mir voll gegeben Wo muss ich hin? Hier geht's lang, ich hab den Weg gefunden Ja, ich bin jetzt hier runtergefallen, auch geil Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo jetzt die Abkürzung ist Aber ich schätze, ich geh einfach Richtung Nuklearzeichen Und dann wird sich die Stabilabkürzung ergeben Ja, ich hoffe Mast Mast Fiiiit Oh, ja, doch Ich glaub mal, wenn wir jetzt in die Richtung gehen Stargate-Raum Weil hier ja die Winchester mit dieser geilen, äh, Nachgehaler-Anniplation Wenn da auf'n Zombie raufgesprungen hab, da hat er kein Schaden vor Wo du die Winchester immer findest, ey Ja, die ist da am Spawn irgendwo da in der Nähe Okay Oh Gott Liegt da einfach so in nem Raum Oh shit, ey, die Zombies die raaten mich hier grade Oh, da ist die Miniguner limitiert Oh Gott, ein Zombie hat nen Weg gefunden, zu mir hochzukommen Ach, scheiße, ich hab sie wieder verkackt mit dem Wicker nicht, ich hab sie weggeworfen Jetzt hab ich wieder nur ne Pistode Okay, irgendwie ist das hier ein Weg, den ich noch nicht gegangen bin Ich glaub, das ist die Abkürzung Ich glaub, ich bin richtig Glaub ich auch Ja, da ist Hans Fred Ich glaub, ich sterbe wahrscheinlich gelten mit, weil ich hab nur noch 4 HP Ja, dieser Raum hier kommt mir sehr bekannt vor Mist Hans Fred, ey Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus Zombie, wie bin ich denn? Ach Gott, zitter Da ist Hans Fred wieder, ey, ich bin wieder zu ihnen gekommen Ja, ich weiß den Weg jetzt wenigstens Oh shit, ey Ich kann so viele Zombies aufbringen wie ich will Es hilft nichts Hans Fred kommt immer wieder Oh, wer... Hans Fred, ey Oh Gott, ich hab da hinten, ey, welche Zombies wieder schrubbt Ich stecke drauf Stirb Hans Fred, ja Okay, der hinten ist er Wie der aussieht Ich will doch einfach nicht mehr sterben Totemini Master, nicht so Okay Oh nein, ich bin ein Zombie, oh nein Oh nein Oh nein Oh Schnachladen Kommt einfach neu aus den anderen Zombies raus, ey Irgendwie mag ich diesen Devon nicht Woran liegt das nur? Das ist Punk-artige Cyber-Synario Das mag ich allgemein eh sowieso nicht, aber Also tatsächlich ist es zu schwierig, weil da hast du keine offenen Räume, wo du den Zombies ausweichen kannst Ja, stimmt Äh, ist relativ schwer hier Aber wir müssen Fred einfach töten Dass das Profis ankommt So, wie war der Weg nochmal? So, ich habe jetzt den Minigun Jetzt, wenn ich mal weiterkommen, wenn ich mal bis zu Fred kommen würde, könnte ich ihn jetzt umbringen Eigentlich musst du meistens einfach nur dem Marker folgen, dann kommst du schon von alleine zu, ich höre dich doch schon in dem Ja, ja Ich meine, ich meine, wenn ich mal den Zombies nicht umbringe, dass ich bei ihm bin Das war, das war richtig, ja Ich habe ihn Escape from town, okay Los, wir müssen ja escapen Hier, hier bei der Tür Bei der Tür, ey Ja, ich hab's geschafft Ich auch Oh Gott sei Dank Nein, ich werde transformiert Fuck Geil, ey Wir haben die Karte geschafft, Janne Endlich Ich pack die Karte nicht mehr Und ich würde sagen, damit verenden wir unsere Aufnahme Ich bin da, ich schaff's noch Okay, wir sehen Ich schaff's noch Ja, ich hab's geschafft Ja, ich hab's geschafft Und, äh Und Hargo Player hat's noch geschafft Das war Brave Red Ich hab's nicht, ich hab's nicht geschafft Ja, Asuro versucht es noch, bevor ein Zombie wird, da hinzukommen Nein, da ist die Tür Ich habe noch einen Millimeter von den Balken Nein Nein Ich hab's nicht geschafft Nein, der hat nicht geschafft Aber ganz knapp davor Ja Ja Naja, das war Brave Red Ja Ja Einen schönen Tag noch Tschüss Oh Tag Oh Mann ey, wie soll ich ein Schluck auf?